Nina Mohadam und Sarah Lombardi, Söhne werden Spielbuddies Jetzt lernte der kleine Mann dank seiner berühmten Mama sogar einen echten Promispross kennen, organisierte ein Playdate mit Leni, dem Söhnchen von Moderatorin und TV-Kollegin Nina Mohadam, 37. In ihrer Insta-Story teilte die Musikerin nun einen kurzen Clip, in dem sie ihren Followern von ihren Freundschaftsplänen erzählte, heute Nachmittag gehen wir zu lieben und dann mal sehen, ob der Leni und der Alessio sich gut verstehen und neue Kumpels werden. Ob aus den beiden Mini-Stars jetzt tatsächlich Mini-Bros werden? Wie das Experiment letztendlich ausging, hat Sarah noch nicht verraten. Sarah Lombardi Seit die Trennung von Ehemann und Kindsvater Dominik verkraften. .